ja hallo zusammen heute wird die kamera noch mal auf einem motorrad mitgenommen bei bestem wetter und damit die linse nicht kaputt geht habe ich natürlich hier diese glasscheibe vom leder case draufgepackt und wie man vielleicht sieht ist direkt ziemlich am anfang eine fliege darauf eingeschlagen deswegen haben wir recht so einen kleinen schwarzen fleck aber ich denke da kann man mit leben im test habe ich mal so ein bisschen zwischen 4k und 1080p hin und her gewechselt ich schreibt immer dabei was ihr gerade seht und damit ihr auch seht welchen effekt die elektronische bildstabilisierung hat die kamera habe ich an dem brustgurt befestigt den link dazu findet ihr natürlich wie immer unten in der beschreibung viel spaß dabei ich habe in diesem Zeitpunkt und Platz gewonnen, ein Thema auf welcher die ignoranz zu oft abounds und das ist das wichtigste Thema auf der Erde ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020